Fünf Dinge, ich mach nicht über die Schule. Erste, die Läger sind immer ärger und das ist nicht gut. Zweite, wir müssen richtig früh ausstecken. Dritte, ist sehr heiß hier und die Klimaladien sind kaputt. Vierte, die Kaffee ist nicht so gut wie ein Restaurant. Fünfte, die Kiosk stinks, Mann.